Plötzlich fuhr hier ein weißer, nicht gekennzeichneter LKW an uns vorbei und nahm Fahrt auf langsam und raste dann in die Menge. Danach kam der Wagen zum Stillstand, da hinten, da wo es so blitzt bei mir, da sieht man das, da steht der LKW. Die Straße hier ist mittlerweile komplett abgestört und dort gab es einen Schusswechsel. Ich kann nicht sagen...